Wir schauen uns heute die meistverkauften, schrägstich beliebtesten 125er 2022 in Deutschland an. Platz Nummer 5 belegt die Aprilia SX 125, die ist 1622 mal verkauft worden. Auf Platz 4 mit 1655 Verkäufen ist die Beta-RR 125. Die Yamaha MT 125 belegt mit 2113 Verkäufen Platz Nummer 3. Platz Nummer 2 mit 2248 Verkäufen ist die Brixton BX 125. Platz Nummer 1, ganz klar, KTM 125 Duke. Die beliebtesten Motorräder schauen wir uns übrigens jeden Monat an. Also lass auf jeden Fall mal ein Follow da. Und ich finde es cool zu sehen, dass bei den 125ern gar nicht so große Unterschiede sind wie bei den großen Motorrädern. Wir sehen uns beim nächsten Mal.